Wir haben eine neue Leiche. Im Waldstreifen beim Forstbetrieb. Wurde er gefasst? Nein. Es wäre besser, ihn zu fangen! Ihr wollt einen schlechter finden. Haben Sie die Leichen gesehen? Glauben Sie, zurechnungsfähige Menschen könnten das machen? Zurechnungsfähig genug, um nicht gefasst zu werden. Ihr sucht ein Monster, aber es ist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Bitte kooperieren Sie. Es wäre zu Ihrem Vorteil. Ich habe nichts mit diesem Fall zu tun. Ich habe einen Riecher für Kerle wie Sie. Die sind durch und durch böse. Der ist doch kein Mörder. Leichen sind Dokumente und unter diesem steht Ihr Name. Kapiert? Dokumente kann man leicht fälschen. Er ist es. Ich kann es spüren. In der Psychologie gibt es fünf Stufen der Akzeptanz des Unvermeidlichen. Leugnen. Wut. Verhandeln. Depression. Akzeptanz. Du bist kein Jäger mehr, sondern ein Tier. Ich kenne die Regeln. Entfernen im Allem. Ich kenne die Regeln.